Ah, guck mal. Einfach richtig anschauen. Perfekt. Ah, ich hab's schon, Musi. Aber danke schön. Das ist ja schon wieder hier für ein komischer Raum. Geht's wieder? Ja, ja, ich lebe wieder. Ach, das war hier. Okay. Oh, nein. Ist ja wieder auf der Suche nach mir. Okay. Amen. Das Schlimme ist, die kann halt jederzeit wieder auftauchen. Das ist das Üble. Schmiedeisende Schlüssel. Habe ich den? Habe ich. Nur von der anderen Seite rein. Wo ist er? Wo ist er? Ich habe voll Schiss von der. Die Ecke ist jetzt nicht so geil für mich. Oh mein Gott. Ich kann mich gar nicht mehr heilen. Nee. Ja, ich bin tot. 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 Ja, der verrät mich auch die ganze Zeit. Aber krass, dass sie das mitbekommen hat. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Schlecht. Das stimmt. Ich bin tot. 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 Oh, wie cool ist das denn? Ich bin tot. Oh, wie geil. Ich muss das bewegen. Ah, das ist ja geil. Da sind die beiden Löcher. Welches ist das Richtige? Gar keins. Okay. Okay. Das Spiel war mein erster Kontakt zu Resident Evil. Resident Evil? Ach, das ist echt nice, das ist echt. Ich habe ja viel Resident Evil schon gespielt. Das ist echt krass. Oh, jetzt möchte ich in das andere Loch. Ja, wir müssen das richtige Loch finden. Ach man. Wo muss ich denn da hin? Ach, ich muss an die Löcher vorbei, glaube ich. Bis gleich, wie ich das eben geschafft habe. Wiege Kugel. Ui. Ui. Direkt verkaufen. Wie heißt es doch so schön? Klein Vieh macht auch Mist. Ja. Salz, die Klappen. 8000, nice. Wir haben Dietrich? Wusste ich gar nicht. Ich habe neue Waren für dich besorgt. Wie wäre es? Oh, hast du neue Waren? Wie? Ich weiß nicht, was ich holen soll. Verdammt! Beachte mich gar nicht. Mach ich auch nicht. Aha! Ich brauch leider eins. Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Das sollte gehen. Ja, sehr schön. Das sind eher so Mini-Bosse, sag ich mal, die Töchter. Der Hauptboss ist ja die Mom. Und die wird richtig... Boah, wird die toben. Scheiße. Ich hoffe nicht, dass sie irgendeine zweite Form oder so hat. Dann habe ich richtig Angst. Dankeschön, Technobase. Ja, kann ich gut gebrauchen. Ja. 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 Ja, natürlich. Scheiße. Warum willst du mich fressen? Das hast du gesehen. Nee. Wir kennen uns nicht. Wo bist du denn? Halt dein Maul, Mann. Oh, tot. Wie ich Käfer satt hab. Kind, ich bin auf den Sack. Warum soll ich die Oliven? Ich kenn die nicht. Die will mich töten und essen. Soll ich das toll finden? Wahrscheinlich. Ihr Herz gehört schon Erza, richtig. Ich kann machen, was er will. Solange ich nicht bei bin. Aber hey, so hab ich ein bisschen Munition gespart. Weil vorhin hab ich ja hier zwei, drei Kugeln drauf geballert. Die Bibliothek ist noch rot. Das heißt, hier gibt's noch was. Aber was? Was gibt es hier noch? Es ist jetzt ziemlich dunkel in dem Raum. Hm. Das ist hier wahrscheinlich. Andere Länder nur Sitten. Das stimmt. Was ist denn hier noch? Das hier? Ja, jetzt ist es grün. Äh, blau. Wow. Farbenblind bin ich auch noch. Halle der... Halle der... Was steht da? Freude wahrscheinlich. Ja, ich freu mich. Die ist zutiefst. Dankeschön. Ich sitz die ganze Zeit voll angespannt hier. Ich lehne mich mal etwas zurück. Oh, mein Brücken bedankt sich. Okay. Oh, ja. Ach, Gott, oh shit. Ach, Gott, oh shit. Hm. Ich glaub, die kommen von da oben dann raus oder so. Lass die fünf Glocken erklingen. Eigentlich ist die voll hübsch. Und groß. Was ist ein Ausrufezeichen? Lass die fünf Glocken erklingen. Aha. Soll ich da raufschießen? colline. Entschuldigen. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, ups, das wollte ich ja jetzt nicht. Was sind denn jetzt hier noch Glocken? Ich glaube, ich bin gerade... Ich sehe keine mehr. Ich probiere die zwei Glocken einfach nicht. Welche zwei Glocken? Ich sehe ja hier nichts. Wo sind denn die zwei Glocken? Ich sage ja, ich bin blind. Wo sind denn die zwei Glocken? Ja, manchmal bin ich sehr blind. Ach, auf dem Bild... Ja, da komme ich nicht ran. Wir sind zu klein. Da ist die fünf Glocken ja klingen. Drei habe ich. Ja, vier noch zwei. Da müssen die entweder sehr winzig sein oder ich bin immer sehr blind. Die Fläche hier auch drin oder... Wo sind denn hier noch zwei Glocken? Also auf ihre Glocken schießen? Das... Nein. Ich glaube nicht, dass ihre zwei Glocken gemeint sind, oder? Das wäre richtig übel. Aber ich sehe ja auch nichts anderes. Seht ihr noch irgendwo eine Glocke? Beziehungsweise zwei? Nein. Einer? Ich sehe gar keine mehr. Dann habt ihr ein besseres Auge als ich. Augen. Die Ecke ist ja auch so dunkel. Ich meine, man sieht hier nichts. Und da ist die Wand. Welche Wand? Die hier, die habe ich ja. Die brennen. Guck. Da. Usch. Oh ja. Also ich habe jetzt vier. Ich sehe die auch nicht. Ist hier auf der Lampe noch einer, die ich nicht sehe. Das ist aber mega schwer zu erkennen. Ja, ist da eine? Ah, da. Ah, da. Guck mal. Ganz ekelhaft versteckt. Oh, ich muss jetzt auch noch zweimal rausschießen. Okay. Jetzt zählt uns noch eine. Ach, das ist fies. Muss doch hier irgendwo noch. Oh, das ist nein. Oh, das ist nein. Wow. 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 Ist das fies. Da denkt man so im Raum. Mega fies. Das ist ziemlich unfair. Ja. Na, ich habe ja schon gefragt, ob ihr vielleicht auch was seht. Ich habe, ich hätte, glaube ich, dann. Das ist schon ein bisschen fies gemacht. Warte, ist hier noch irgendwas. Hier muss man halt so genau gucken. Warte, das ist hier noch rot. Ich weiß nicht, ob die obere Etage auch noch dazu zählt. Also es war echt gut versteckt, muss man sagen. Ach komm, ich habe schon so viel Munition verschwindet. Mann, das ist so fies. Das geht nicht. Sie will lieben. Nö. Dachboden. Also unten ist noch irgendwas. Oh. Dachboden. Dachboden. Ding-Dachboden. Ich habe gehört, dass sich in diesem Schloss etwas befinden soll, das man den Dolch der Todesblumen nennt. Anscheinend handelt es sich um ein antikes Stück aus dem Mittelalter, das mit einem Gebäu aus Giften aus allen Ecken des Kontinents überzogen ist. Er soll gefertigt worden sein, um Dämonen und Monster zu töten. Klingt alles faszinierend, aber niemand weiß, wo er ist. Okay. Okay. Den brauche ich. Aber. Da unten ist es noch... Oh. Ist der... Bescheuert. Ich brauche... Das ist noch rot hier. Warum ist es hier noch rot? Das mag ich nicht. Ich will das hier komplett haben. Aha. Aha. Geht doch. Hier ist es aber auch noch rot. Was habe ich denn hier für übersehen? Hi. Hier ist es halt auch rot. Längere Arme wären nice. Ja, das stimmt. Nein. Karma. Mir egal. Ach, das hier. Wow. Gut. Hätten wir das auch. Ich will das schon alles blau noch hinbekommen. Ach. Ich bin mir ziemlich sicher, gleich gibt es richtig aufs Maul. Nee, Lanculo. Wie viele Unter proceedings. Alles. Ich habe gerade eineération der Kennehm Eigenschaften. Halt Gottes! � Nein, nein, das ist nicht cool. Inventar ist voll. Nein, nein, nein. Das war's für heute. das ist nicht das genommen das geht ja auch dann macht es das sogar noch ein bisschen einfach moment das darf ich nicht drehen okay dann nicht fies so jetzt aber der trigger ist ja mega kacke also diese r2 und l2 wenn du drückst das ist richtig schwer das gefühl ist schon cool ja mein inventar sollte ich mir aufbessern das stimmt das ist aber echt heftig schwer kann man das ein bisschen sensibler machen ich kann es nur ausmachen okay dann lass ich so ich probiere es erstmal und die neue technologie mal zum einsatz ja ja ziemlich ich wollte das nicht drehen weil die größe war als größer weil es dein inventory space in der höhe ja was da gibt es denn da ist immer noch rot hier was fehlt mir hier noch ja 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 das habe ich hier schon wieder gesehen ja 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 wie hoch hier schießt okay fertig ich schätze mal ich brauche die waffe jetzt was ist das denn gerade nicht haben die langen pimmel vorne oder was ist das ich wollte mich jetzt nicht so erschrecken aber ich habe den ja in der linse gehabt schon das war nicht so geil fliegende affen ja wie soll man hierher kommen will ich noch wenigstens looten können put 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 nein du sollst hier runter fallen man misst wie was ist das denn das ist ja voll eklig einstellung ich konnte es nur ein und ausstellen ich weiß nicht ob es da irgendeine kontrolleinstellung ich kann nur die sachen auf foto modus was ich habe doch gar kein foto gemacht die von mir gott Wenn man einfach nicht trifft? Wow. Bleib liegen. Und die Affen, ja. Best friends. Wir haben echt seltsame Kreaturen hier. Okay. Irgendwie ist das aber ein bisschen, ich weiß nicht. Ich kann das nicht irgendwie einstellen, glaube ich. Oh Gott. Ich will mal kurz aufgreifen. Ist gleich alles klar, Fuchsie? Ist gleich. Sind ja gar nicht wenige von denen. Okay. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Er lebt noch, ne? Das sind vier. Ach komm! Mann! Blöder Pisser! Sein dummen Rohr da vorne. Meine schöne Muni. Ich schau mich erst mal hier oben um, aber hier sind so viele Wege. Da unten kann ich auch hin, weil da war ja so ein Fahrstuhl. Ich weiß nicht, wo ich zuerst hingehen soll. Das ist so unfassbar riesig hier. Oh, geil. Der Glockenturm benutzen. Komme ich da rüber? Will ich das? Fühlt mich das dann hin? Oh ja, ich kenne das Keks. Das ist so übertrieben viel hier. Komm, mir war gerade gar nicht klar. Hier kommst du nicht aus. Weißt du, warum? Das war 6-8-7.